Es ist so schön hier zu sein und ja wahnsinn. Ja, schöne Tattoos auch. Danke. Was ist da drauf? Viele Tattoos. Ganz viele. Zeig mal, komm noch ein bisschen näher. Darf ich näher kommen? Ja unbedingt. Ihr seht so gut. Oh du hast blaue Augen. Ja ich hab blaue Augen. Guter Typ. Schöne Tattoos. Das ist wirklich schön. Das sind Mauris und das sind so Blumenzeug. Ich steh halt bisschen so drauf. Ich geh mal zurück zum Stern. Ja super Daniel. Haben Sie Tattoos? Ja ja ich hab viele. Nicht ganz so viel wie du, aber ich mag das auch ganz gern. Da auch? Hinten auch? Nein, der Arm ist voll und ein bisschen am Rücken, das ist noch frei. Das hebe ich mir auf für die Zukunft. Aber ganz ehrlich, ich habe schon ein Trauma vom Tätowieren. Es sind wirklich höllische Schmerzen. Es geht mir auch so. Umso älter man wird, umso empfindlicher wird man. Es ist wirklich so. Habt ihr eigentlich Tattoos? Nee. Ich keine. Gar keine? Noch nicht. Jeder so wie er will oder auch nicht. Was hast du vorbereitet? Hold me while you wait von Luis Capaldi. Okay. Bruce von Luis Capaldi. Ich hoffe mal du haust uns gleich mit dem ersten Song um. Also du bist ja motiviert, du bist selbstbewusst. Darf ich nur einen Schluck Wasser? Ja das kriegst du. Ja du bist ja hier voll unter Strom. Das ist aber cool. Wir sind auch immer nervös vor einem Auftritt und dann, wenn man das schafft umzuwandeln in Energie, dann ist es gut. Dann kann man es nützen. Vor und nach der Performance nervös, völlig okay. Während der Performance nicht okay. 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 Du hast eine gute Presence. Du hast auch eine geile Stimme. Aber du hast keine Ahnung, wie du die Stimme nützt. Ja das stimmt. Also es ist ein bisschen tief. Ja. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht... Aber ich höre mich auch so komisch in sich. Wollen wir vielleicht ein bisschen höher, denn gleiche Lied nochmal probieren. Okay. Es ist mir eine Ehre. Versuch mal ein bisschen Timing zu halten. Tobi gib dir das vor. Komm wir machen dir mal den Rhythmus. Ja gib noch ein bisschen mehr. Und dann den Refrain. Eins, zwei, drei. Okay. Okay. Nur pass auf, also so wird es echt schwierig. Ich weiß. Kinder. Du hast etwas ganz Besonderes finde ich. Nicht nur coole Augen. Wollen wir ihm eine letzte Chance geben? Also ich weiß nicht. Für mich klingt das nach sehr viel Arbeit. Ja ja. Lass... Ich merke, dass Florian noch nicht sicher ist. Wenn ihr beide das so hört, dann machen wir es nochmal. Atme noch einmal durch jetzt. Du hast hier von allen dreien... Wir merken, dass da etwas da ist. Okay. Atme jetzt nochmal durch. Und dann keine... Yeah, yeah, yeah. Durchatmen. Daniel, komm probier jetzt. Danke Florian. Okay. Äh, warte. Wie... Ich habe jetzt den Anfang kurz vorgegeben. Wie ging der Anfang von Bruce noch? Anfang von Bruce? Ab und zu habe ich so Hänger, weißt? Hänger. So Text einfach... Ich hab schon, ich hab schon. Hast du? Okay. Kein Problem. Okay. Sorry. Entspann. Ja. Ruth... Besauteside Musik That´s Step. Bestes Kapi... trust me I hope till you come back when you can find so long Hey Ha ha ha, doch noch! Is every word that I've been spoken since you left us like a hollow street I've been told, I've been told to get you all my mind But I hope I never lose the bruises that you left behind Oh my lord, oh my lord, I need you by my side Yeah, yeah, so irgendwas hat er There must be something in the water Cause every day is colder And if only I could hold you You keep my hair from going under here Yeah, yeah! Nicht yeah, yeah! Man, Daniel! Hey, da ist was da, verdammt noch mal! Wo ist das die ganze Zeit? Hey! Du willst hier zu DSDS kommen und dann wackelst du rum Das war jetzt ein Kampf und ich weiß nicht, wie es ausgeht Denn Tobi war noch nicht so begeistert Ich habe jetzt bei dir etwas gehört Und ich glaube irgendwie an dich Also für dich ist es ein Ja Ich gebe dir ein Ja Also für mich ist es ein bisschen wie eine Zeitbombe Also wenn wir in dich rein investieren Super Songs für dich finden Ja Du hast eine Bühne Tausende Leute, Millionen von Leuten, die dir zuhören Ja, ja Aber das ist mein erstes Aufsehen Ja Schau mal, deine Stimme ist ganz toll Danke dir Ich spüre die Worte Okay Aber dein Timing war eine Katastrophe Für mich ist es ein Nein Okay Weil ich spüre diese innere Ruhe nicht Okay Daniel, du hast ein tolles Sound Ja, Timing Ich mache mich echt große Gedanken, muss ich dann sagen Ob das echt, ob wir das schaffen In dieser kurzen Zeit So, du bist ganz weit von Perfektion, würde ich sagen Ganz weit von ein Superstar sein Aber scheiss, ich sag doch ja Ich liebe dich Da ist irgendetwas da Danke, danke So, hey, wir glauben an dir, du hast zwei Jahre Das Ein Nein Aber hey, da bearbeiten wir noch weiter Du bist jetzt erst Du bist weitergekommen Du bist weitergekommen Ich werde mein Bestes geben Hart arbeiten Ich werde wirklich hart dabei Ja Danke vielmals Ja, danke Servus Dieser Kandidat ist eine Runde weiter Herzlichen Glückwunsch Ihr wollt noch mehr Auftritte sehen? Ja, das kann natürlich Schaut mal hier rein Für unsere aktuellen Playlist Wird ihr ganze Folgen sehen? Dann schaut mal hier rein Auf RTR Plus Rundfunk Rundfunk Rundfunk